Hallo zu einem kleinen Update-Video und ich möchte hier eigentlich nur ankündigen, dass am nächsten Samstag, das ist dann der 23.05. Da dürft ihr euch freuen, da kommt dann etwas, was ich gestern aufgenommen habe. Ich wollte es eigentlich sogar heute schon hochladen, aber ich bin heute dann ein bisschen im Stress, deswegen nur dieses kurze Video. Ja, es handelt sich dabei um Castle Crashers, was ich gestern mit drei Kumpels aufgenommen habe. Dürft ihr euch dann schon mal drauf freuen. Wird ziemlich witzig, ich mag das Spiel. Wir haben uns treffen lassen, das ist doof. Wir haben uns schon wieder treffen lassen. Wir werden sterben während der Ankündigung. Ja, also nächsten Samstag kommt dann Castle Crashers, dann wird demnächst, wird Counter-Strike Global Offensive kommen und wir sind tot. Auf meinem Kanal, das weiß ich noch nicht, wann ich das mache, aber Castle Crashers dann ab nächster Woche Samstags. Die Zeit wird variieren, so wie immer. Ja, das war's ja auch eigentlich schon. Ihr könnt jetzt schon wegschalten, wenn ihr das verstanden habt. Und jetzt nochmal für die Leute, die bei mir schauen und eher weniger Deutsch verstehen, sondern aus England kommen. Welcome to this little update. I just wanted to let you know that next week's Saturday, which will be May the 23rd. You will be able to see Castle Crashers on my channel, together with some friends of mine. And yeah, also coming pretty soon will be Counter-Strike Global Offensive Ranked Games. And I hope you have fun, you enjoy it, and as much as I enjoy recording it, and playing with my friends. Yeah. I hope you have a great week, and see you in the next videos. Bye.